Ja, liebe Leute, herzlich willkommen an diesem Samstag. Ihr wundert euch, hä, kein Formel 1? Nö, die Saison ist beendet, habe ich aber auch schon gestern gesagt gehabt. Wir machen weiter dann erst am 28. Juni mit dem Auftakt aus Australien, dann im neuen FN 2019. Aber bis dahin habe ich erstmal ein bisschen Rallysport für euch. Deswegen auch an diesem Samstag ein bisschen Rallysport. Das geht jetzt zack, zack, zack hintereinander weg durch bis zum Ende. So. Wir haben viel zu tun. Wir haben sehr viel zu tun, sehe ich gerade. Gerade bei Historik-Rally. Ach du Scheiße, sehe ich viel zu fahren, ja. Aber okay, dann haben wir ein bisschen was zu tun. Wir fangen an mit der historischen US Open. Wahrscheinlich wieder in zwei Abschnitten. So werde ich, dass wir mal denken, dass wir dann quasi bis Sonntag durchfahren und dann am Montag mit der historischen Inter-Kontinental-Rally starten können. Gut, ja, historische US Open. Fünf Strecken Michigan und damit nochmal fünf Strecken Michigan. Also wir bleiben quasi zweimal in den USA. Gut, kommen wir rein. Mit 7,58 Kilometern. Das ist zumindest der erste Teil. Ah, alles so gut. So, wir fangen mit dem neuen Auto an. Wenn wir an nahe Wettbewerb teilnehmen wollen, brauchen wir einen guten Ruf. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los. Rechts vier, durchsenke, mittig halten, überkommt man. Links fünf. In links sechs, durchsenke, rechts fünf. Und links sechs. 200, 200, 200, überwählen, 200. Mittig halten, übersprungen, Viehgitter, 130. 100, überwählen. Kurve, 100, 200, 200, überwählen, 60. Rechts sechs. Und links fünf, 40, durchsenke, rechts sechs, überwählen, rechts schneiden, 60. Links vier. Um rechts sechs. Und links fünf, 130. Links vier, lang, innen halten, nicht schneiden, 200. Obene Haarnasen, rechts, rechts schneiden. In rechts fünf. In rechts fünf. Links fünf, 60. Hey, für wahnsinnige Verstrafe, ja. Links vier. Und rechts sechs. Und links fünf, 150. Rechts sechs, überwählen, 200. 200, überwählen, 100. Links sechs. Und links vier, lang, 200. Links vier, lang, innen halten, nicht schneiden, 100. Links sechs, nicht schneiden. Und links vier, lang, 80. Rechts sechs, nicht schneiden. Und wählen, in links, vier. Und rechts sechs, 200. Rechts vier, lang, innen halten, nicht schneiden, 200. Rechts vier, lang, innen halten, 100. Und rechts, nicht schneiden, 100. 110, überwählen. Links halten, überwählen, 60. Kuppe, 60. Scharbrecht, 60. Nicht schneiden. Links halten, überwählen, links fünf, 80. Links sechs. Und links vier, lang, 80. Links sechs, nicht schneiden. Und links vier, lang, 250. Links sechs, überwählen, senken, 200. 200, überwählen, 60. Rechts fünf, nicht schneiden. Und rechts vier, nicht schneiden, 100. Rechts vier, lang, innen halten, nicht schneiden, 200. Rechts sechs, überwählen, 250. Rechts vier, lang, innen halten, 60. Rechts fünf, links schneiden, und rechts vier, nicht schneiden, 60. In links sechs, durchsenken, rechts fünf. Und links sechs, 60. Links vier. Und rechts vier, links fünf, 150. Bis Ziel. Ich bin sofort wieder da, in wenigen Sekunden. Okay. So, was sagte ich? Wieder da. So, gehen wir weiter in den nächsten Abschnitt. Was haben wir denn hier? Okay, das sind alles so kurz. Okay, das passt alles so. Da war eine Folge. Da kriegen wir schon so hin. Die nächste Strecke ist 5,77 Kilometer lang. Also gute zwei Kilometer kürzer als eben mit Grayling Forest. Jo. Wenn wir an namhaften Wettbewerben teilnehmen wollen, brauchen wir einen guten Ruf. Okay, okay. So was wir gehen. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los. 110 über 11, 60. Links fünf, 60. Rechts vier, durchsenken. Mittig halten, überkuppen. Links fünf, 200. Rechts vier, lang, innen halten, 150. Links vier, lang, innen halten, nicht schneiden, 100. Rechts fünf. Und rechts vier, 60. Rechts sechs, nicht schneiden. Und wählen in links, vier. Und rechts sechs, 80. Rechts ein, überkuppen. 110 über 11, 60. Rechts sechs, und links fünf, 40. Durchsenke, Spritzwasser. Rechts sechs, überkuppen, 80. 110 überwälen. Links ein, überkuppen, 60. Rechts fünf. Und rechts vier, 60. In links sechs, durchsenken. Rechts fünf. Und links sechs. Und links sechs. Vorsitzende außen, offene Kehre, links. Links? Okay. Ich glaube, ich glaube, ich habe etwas von rechts. Ich will mich rechts anfangen. Und rechts vier, Vorsitzende außen, 100. Links vier. Und rechts sechs. Und links fünf, 150. Rechts vier, lang, innen halten, 150. Links vier, lang, innen halten, rechts schneiden, 250. 200 überwälen, 60. In links sechs, durchsenken. Rechts fünf. Und links sechs. Rechts sechs, rechts schneiden, und welten. In links vier. Und rechts sechs, 60. Links sechs. Und links vier, lang, 80. Rechts fünf, nicht schneiden. Und rechts vier, nicht schneiden, 200. Rechts vier, lang, innen halten, 200. Quatsch, gerne ein bisschen weniger, weil ich mich ein bisschen konzentriere auf die Rennlinie. Rechts vier, lang, innen halten, nicht schneiden, 100. Rechts seit, überwäldern. 110 überwäldern, 150. Links vier, lang, innen halten, nicht schneiden, 100. Links fünf, wäldern. 80, überkreuze. Und links drei. Links fünf, 60 bis Ziel. Nichts auch wie, oh, Glück gehabt. Nichts auch wie eine Strafe oder so holen jetzt. Okay, war zum Marsch. Alles ruhig, geht grün, so wunderbar. Das war der nächste Abschnitt, zweiter Abschnitt oder dritte Abschnitt war das mit, ob ich nicht schuld. Ich weiß, dass das gerade aus der nächste, ob der zweite Abschnitt passt. Perfekt, super Ergebnis, gut gemacht. Hm. Zumindest mal das. So, weiter geht die Reise mit dem Abschnitt Nummer drei. Okay. Okay. So, weiter geht die Reise mit dem Abschnitt Nummer drei. Okay, mit einer guten Position machen wir genug Geld für neue Teile. Ja. Dann hätten wir genug Geld. Ich glaube, wir haben ja zwei Millionen oder so. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los. Rechts vier, durchsenke, Pfosten, innen, mittig halten, überrumme, links fünf, zweihundert. Rechts vier, lang, innen halten, zweihundert. Rechts sechs, überrumme, achtzig. In links sechs, durchsenke, rechts fünf. Und links sechs, zweihundert. Links sechs, überrumme, senke, rundumfünfzig. Links vier, lang, innen halten, nicht schneiden, zweihundertfünfzig. Rechts vier, lang, innen halten, sechzig. Rechts fünf, und rechts vier, sechzig. Links sechs, und rechts vier. In Welle. Und links sechs, links vier. In links zwei. Rechts fünf, und rechts vier. Und rechts vier, nicht schneiden, zweihundert. Und links sechs, links fünf, sechzig. Rechts vier, durchsenke, mittig halten, überruppe, links fünf. Rechts fünf, nicht schneiden. Und rechts vier, nicht schneiden, zweihundert. Zweihundert überwählen. Rechts fünf, links halten, überruppe, vielleicht sprung. Links vier, durchsenke, sechzig. Rechts fünf, hundertfünfzig. Oh, 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 wenn sich das auch bitte links lässt. Nein, das war's. Rechts fünf, hundertfünfzig. Scheiße. Rechts vier, lang, innen halten. Da war die nächste Strafe drauf. Rechts fünf, sechs sechs. Fast außen. Offene kehre, links, runterfünfzig. Rechts drei, lang, innen halten, zweihundertfünfzig. Spiel links ist auch ab. Links sechs, überpuppe, senke. Das war klar. Das ist keine Überraschung. Links drei, lang, innen halten, runter. Jetzt hier die Schwerstange noch abschiegt. Und links fünf, vierzig, durchsenke. Spritzwasser. Rechts sechs, überpuppe, 150. Rechts vier, lang, innen halten, 80. Rechts vier, lang, nicht schneiden. Und rechts sechs, nicht schneiden. Hundert, links sechs, nicht schneiden. Und links vier, lang, 80. Rechts fünf, links halten, überpuppe, kleinsprung, bis Ziel. Okay, bring es zum Marschall. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Na gut. Hagen's will first. Hagen's will first. Ja, perfekt. Laut Chef-Ingenieur sollen wir den Schaden an der Verkleidung ignorieren. Das Auto läuft gut. Okay. Uiuiui. Er sieht schon ein bisschen verformt aus, der Kollege. Aber ja. So, zwei Minuten 27, fertig. Ja, das ist der Heddy. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los. Links vier, durchsäcke, 60, rechts schneiden. Rechts fünf, rechts fünf und rechts vier, 200. Links sechs, überpuppe, säcke, Baustimme aus, 150. Rechts drei. Und links sechs, 60. Rechts vier, lang. Und rechts sechs, 130. Links vier. Und rechts sechs. Und links fünf, 60. Rechts seit, überpuppe. 110, überwäldig, 200. Links eins, nicht schneiden, 200. 200, überwäldig, 200. Und links sechs, überwäldig, 200. Rechts vier, lang, innerhalb, nicht schneiden, 60. Rechts fünf. In links vier, überpuppe, macht aus, 60. Rechts sechs, 150. Rechts drei. Und links sechs, 200. Links sechs, überpuppe, säcke, Baustimme aus. Links sechs. Und rechts vier. In Welle. Und links sechs, 80. Rechts halb, überpuppe. 110, überwäldig, 60. Rechts fünf, links halb, überpuppe, kleinsprung, bis ziehen. Okay, bring es zum Beispiel. So, hat Flieger vier auch gepackt. Jetzt fehlt noch ein Abschnitt. Und dann haben wir das für heute auch geschafft hier. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. So, der nächste Abschnitt, 4,36 Kilometer. Die sind genau so lang wie eben auch. Also, die kriegen wir schon zweieinhalb Minuten auch gut durch. Jetzt haben wir um 40. Gehe ich mal von aus, um den Dreh rum. Aber egal. Schauen wir mal, ob die Streckeführung auch ist. I'm in the real forest. Na komm, liebes Spiel. Jawohl. Mach dir keine Sorgen um die äußerlichen Beschädigungen. Mach ich mir nicht. 5, 4, 3, 2, 1, los. Links 6, überpuppe, senke. Dann gibt es Gatsits. Rechts 6, in links 4, lang. Mach auf, innen halten. 130, rechts 4, lang. Nicht schneiden. Und rechts 6, nicht schneiden. 150, rechts 4, lang. Mach zu, innen halten. 6, nicht schneiden. Rechts 6, in links 4, lang. Mach auf, innen halten. Nicht schneiden. 200, 50, 200, überpuppe, senke. Links 6, und rechts 4, in Welle. Und links 6, 80. Und rechts 6, und links 5. Rechts 6, nicht schneiden. Und Welle, in links 4, und rechts 6. Kuppe, 60, scharf rechts, 60, rechts schneiden. Links halten, überpuppe. Links 5, 200. Rechts 6, überpuppe, 200. Links 4, lang. Innen halten, nicht schneiden. Runde. Rechts 5. Und rechts 4, 100. 110, überwählen. Links halten, überpuppe. 200, 200, überwählen. Runde, 150. Links 4, lang. Innen halten, weg schneiden. 200. Rechts 3. Und links 6. Links 6. Und links 4, lang. 200. Rechts 4, lang. Innen halten, 60. links 5, bis Ziel. Langsam zum Marsch. Hm. Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. Hm. So, dann sind wir da auch durch. Da fehlt uns gleich nur noch ein Teil. Und dann haben wir das geschafft. Wir sind schon durch. Ich glaube, wir sind schon durch, ja. Okay, war das schon... Ach, das stimmt, das war der letzte Teil, ja. Stimmt, das war der letzte Teil schon. Gut, den nächsten Teil machen wir dann morgen. Wie immer. Ne? Kennt da doch. Bis dann. Tschüss.